Herzlich willkommen im Fernstudienzentrum. Mit fast 20 Jahren Erfahrung ist das Fernstudienzentrum Ihr Partner für ein erfolgreiches, berufsbekleidendes Masterstudium. Heute stellen wir Ihnen den Masterstudiengang Logistik vor. Durch die weltweite Globalisierung und Vernetzung ist Logistik ein gängiger Begriff geworden, der häufig zuerst mit Transport in Verbindung gebracht wird. Logistik ist jedoch vielseitiger. Von der Beschaffung, Lagerung, Produktion bis hin zur Entsorgung befasst sich der Logistiker mit der Steuerung der gesamten Wertschöpfungskette, besser bekannt unter dem Begriff Supply Chain Management. Um diese Herausforderung zu meistern, wurde unser Masterstudiengang Logistik speziell für Fach- und Führungskräfte konzipiert. Ein Semester beginnt entweder im April oder Oktober eines Jahres. Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester plus ein Thesissemester. Der Studiengang ist wie folgt aufgebaut. Im ersten Semester die Module über fachliche Sachkompetenzen, Softskills und Recht. Im zweiten Semester Logistik BWL und Logistikprozesse. Im dritten Semester wählen Sie Ihren Schwerpunkt und entscheiden sich zwischen Unternehmensinterner Logistik oder Unternehmensexterner Logistik. Eine ausführliche Modulübersicht finden Sie auf unserer Webseite. Im Thesissemester erlernen Sie wissenschaftliche Kompetenzen und schließen mit Ihrer Masterthesis und dem Kolloquium ab. Wiederholungs- und Urlaubssemester erlauben Ihnen eine optimale Anpassung an Ihre persönliche und berufliche Lebenssituation, gerade bei zeitlichen Engpässen. Abgerundet wird das Studium durch die Vermittlung von Fach- und Methodenkompetenzen, welche unter anderem durch Case Studies und Laborveranstaltungen vertieft werden. Für ein erfolgreiches Studium bieten wir Ihnen ein Mix aus Selbst- und Präsenzstudium. Auf das Fernlernen abgestimmte Studienbriefe und E-Learning-Elemente unterstützen Sie beim Selbststudium. Zusätzlich bieten wir Ihnen an 10 bis 12 Tagen im Semester, meistens Samstagen, die Möglichkeit, Ihr Selbststudium zu ergänzen sowie sich mit Dozenten und Mitstudierenden auszutauschen. Der Besuch der Präsenzveranstaltungen am Campus Friedberg ist allerdings nicht verpflichtend. Somit können Sie Ihr Studium beispielsweise auch aus dem Ausland erfolgreich abschließen. Der wöchentliche Arbeitsaufwand ist unter anderem abhängig von Ihren beruflichen Vorkenntnissen und Ihrem individuellen Lernverhalten. Bei Fragen und Anliegen rund um Ihr Studium sind wir jedoch während der gesamten Studiendauer via Telefon, E-Mail oder auch gerne im persönlichen Gespräch für Sie da. Somit können Sie sich ganz auf Ihr Studium konzentrieren. Am Ende steht ein Abschluss einer staatlich anerkannten Hochschule. Entscheiden Sie sich für ein berufsbegleitendes Studium. Wir, das Fernstudienzentrum der Technischen Hochschule Mittelhessen, beraten Sie gerne zu unseren berufsbegleitenden, weiterbildenden Masterfernstudiengängen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis jetzt. Vielen Dank.